Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute machen wir einen neuen Fahrfilm und zwar heute präsentieren wir euch den EC Moncennes, der ja früher gefahren ist von Lyon nach Mailand und zwar über Chambéry und Torino. Also eine Direktverbindung zwischen Südfrankreich und Norditalien. Ja, in dem Zugverband sind natürlich unsere neuen Wagen jetzt drin und zwar die französischen Wagen der SNCF, der Société Nationale des Germains de Fer, Francaise. Und zwar einmal die Artikelnummer von Rocco 74032, das sind die Corel-Schnellzugwagen, das sind die B10TU. Also zweite Klasse Wagen. Und dann haben wir noch einen Halbbar Wagen uns angeschafft mit der Artikelnummer auch von Rocco 74535. Und das ist der B5RTUX, der ungefähr in der Zugmitte sich befindet. Neben diesen vier Wagen haben wir noch italienische und französische Eurofirma Wagen und zwar drei Eurofirma Wagen der italienischen Staatsbahn, der Ferrovia dello Stato und ebenfalls nochmal zwei erste Klasse Eurofirma Wagen der SNCF. Und ja, viel Spaß mit dem Film, Like und Abo nicht vergessen, viel Spaß, ciao. Und ja, viel Spaß mit dem Film, Like und Abo nicht vergessen. Also, wie sagst du D7TU? Und ja, viel Spaß mit dir, ich muss mit dem Film angeschafft mit dir, ich spreche mich an. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 Vielen Dank. 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Like da und abonniert. Das wäre fein. Ciao.